Musik was geht ab ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf sucht und ordnung heute nehme ich euch mit zum sdp konzert meine lieben freunde dark und sick die treffe ich heute aber winz ist natürlich auch mit am stüssel den kenne ich noch gar nicht persönlich das ändert sich heute wahrscheinlich aber pasquale aka green ist auch am start in der mark schmelinger halle geiles wetter unsere frauen sind natürlich mit am stüssel nicole und meine frau jenny und ja ich glaube ich muss mich erst mal ein bisschen 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 fresh machen also erst mal ab ins bad und dann geht's los so freunde auf geht's auf geht's auf geht's auf geht's auf geht's jetzt treffen wir uns mit dem lieben sicky tachchen treffen wir uns mit dem lieben sicky am treptor dann futtern wir noch was und dann geht's zum sdp konzert hast du bock schatz jetzt sind wir angekommen am treptor park holen uns noch zu essen der liebe ehrenbruder sicky hat gerade geschrieben dass er ein bisschen später kommt ich würde sagen wir wollen uns noch zu essen leute dieser bulgur salat voll geil der wird 2,50 dafür bezahlt ich glaube günstiger kann man eigentlich nicht mittagessen kicken wir mal wer da ist was geht da und wie hast du in der schlange stehen was willst du von mir meine frau will ein crap was war das andere ich mache mich doch an alter ich habe Kiesensalami Kiesensalami wir sind jetzt schön raus angekommen jetzt laufen wir noch ein paar meter und dann ziehen wir uns die show rein so schatz wo sind wir wir sind der sdp wer macht das bändchen richtig drum wir sind erstmal in die falsche richtung gelaufen wir sind erstmal in die falsche richtung gelaufen runter ich könnte lieber ein zusprang und ich sage dass ich meine zeit verschwenden Ich hab' mein Kopf, ich will mir den Schmierer verkaufen Warten, sagst du, ich hab' mein Leben versaut Ich hab's noch jeden vollkommen, wenn ich's geschaut Dann steh' ich mich schon auf Ja, das ist schon, oh, 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 oh Wir haben alles ein System Solang der Scheiß-Bahn-Fürkbar ist, haben wir doch kein Problem Alles und wir, ich hab' mein Nein, deinem Gehirn Aber ich wünsche uns ein Zubel Bei uns, der Druck, oh, 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 oh Ja, das muss alles so sein sieht aus, die Füßen, Nacre Komm, zieh mal bitte einfach eine Kuge Du hast es mit zwei Ligenhänden über links gezogen Ich hab' mein Oh, 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 oh Naomi Chewie, ich hab' mal was du beziehst Leute dort Park auf! Gab eine Leine so fort Das ist mein Grier Vivi-Vateria lemair Wir machen dich chiarisch wieder Und dasación mit mir Und von ihm und mehr von Menschen treasures within zu tier Wir sindwachsig hernden Wesumes Sei einfach du selbst Was im Eingang passt dich an Wenn sie dich wirklich lieben Warum üben sie dich ein Boah Leute, was für ein Konzert, wie fandet ihr das? War geil, richtig Spaß gemacht. Und du? Sehr geil. So Leute, jetzt geht's ab zur After Show. So ihr Lieben, ich hoffe euch haben die Einblicke vom Konzert gefallen. Wir waren danach noch auf der After Show Party. Aber da wollte ich euch jetzt nicht mitnehmen, denn natürlich geht es da ein bisschen privater zur Sache. Das klingt irgendwie komisch, ne? Wir wollen die Privatsphäre natürlich von allen Beteiligten achten. Und ja, jetzt sitzen wir gerade in der S-Bahn nach Hause. Haben gerade noch eine Kleinigkeit schnabuliert mit Sick und seiner Frau. Und ja, jetzt gehen wir gleich schlafen. Haben wir uns verdient. Was für ein geiles Konzert. Was für ein geiles Konzert. Liebe Grüße Vince. Liebe Grüße Dark. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Voll geil, dass ihr Sucht und Ordnung gespielt habt. Ich habe so ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt. Direkt drei Meter größer geworden. Mega, mega nice. Ey, wenn euch das Video gefallen hat und ihr öfter so eine Geschichten sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Genau. Musik. Musik. militarnauer.